Hallo und herzlich willkommen zum Cardshop Simulator. Mein Name ist Knorkel, ich freue mich, dass du dabei bist und wir starten mit dem niedrigsten Geld, was ihr jemals habt, mit 72 Dollar und 65 Cent. Heißt für uns, wir müssen natürlich heute sehr viel Ware verkaufen, aber ich würde gerne auch ein paar Packs öffnen. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück, dass wir irgendwie so eine 100 Dollar Karte ziehen, die uns dann so ein bisschen rettet. Wir schauen aber mal ganz kurz nach, was wir hier so ziehen. 34, siehste, ich habe es vorausgesagt, es fängt schon sehr gut an. 34 ist ja schon mal sehr, sehr gut. 10% drauf, dann bist du ungefähr bei 37, 38 aufgerundet. Knapp ungefähr. So, dann haben wir jetzt 1 Dollar und 4 Cent. Wow, also das. Also kann das sein, dass das erste Pack am Tagesanfang immer mit das Beste ist? Irgendwie habe ich so das Gefühl. Aber ich könnte mich natürlich auch irren. Okay, das war jetzt nichts. Also das erste Pack war wirklich mit Abstand am besten. Okay, wir verkaufen jetzt erstmal hier ein paar Booster Packs. Da haben wir dann die 7. Der nächste, bitte. Hier haben wir... Oha. Okay. 12,50 zurück. 12,50 zurück. Bitteschön. Der nächste, bitte. Ich gucke den Leuten fast nicht in die Augen. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich gucke immer nur auf die Waren. Okay, der nächste, bitte. Wir sind schon bei 161. Das ist sehr schön. Okay, und dann haben wir hier 31,50. So, sind wir schon bei 192. Ich war nämlich am überlegen, ob wir heute eine neue Lizenz erwerben. Wir hatten ja in der letzten Folge festgestellt, dass weiter unten doch noch ein paar Sachen sind, die wir freischalten können. Wie beispielsweise die Deckbox Rot. Die schalten wir jetzt einmal frei. Kostet 108 Cent. Mann, das war schwierig auszusprechen. 108 Cent. Okay, also die würde ich dann nämlich tatsächlich hier gerne hinsetzen. Plüschis verkaufen sich wie verrückt. Also wie verrückt. Vor allem... Ja gut, die Gewinnmarge ist gut. Die Gewinnmarge ist echt gut. Aber vielleicht wird jetzt einer gekauft. Ich habe gerade was gesagt. Ich habe hier die Werbetrommel gerührt. Nein, es wird natürlich nicht... Oh, oh, oh. Hier ist Platz frei geworden. Wir könnten auch überlegen, ob wir eventuell einen zweiten Tisch kaufen. Ah, siehst du, 38 habe ich ja sogar sehr gut gerechnet. So, den zweiten Kartentisch kaufen, damit wir dann noch mehr Karten ausstellen. Damit halt die Leute eventuell hoffentlich noch mehr Karten kaufen würden. So, bitteschön. Denn 112. Okay, dann kaufen wir jetzt einmal... Dann kaufen wir jetzt einmal die Kartenbox. Die Deckbox, Entschuldigung. 108. Und dann kommt ja noch Liefergebühr hinzu. So, und dann können wir die nämlich schon mal direkt einräumen. Die setzen wir dann hier hin. Genau. Und Box ist leer. Jetzt bin ich gespannt. Wie viel waren das jetzt? 2, 4, 6, 8. Das heißt, 12,50 ungefähr pro... Ja, siehst du? Und dann machen wir hier 20... Hoppala. 20,50. So, dann haben wir eine Gewinnmarge von 7,99. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Oh, Entschuldigung. Ich komme sofort. Ich kassiere sie einmal ab. Dann haben wir hier 9. Bitteschön. So, wir könnten hier schon wieder eine neue Karte hinsetzen. Ah, okay. 2, 40. Wow, also das ist ja bahnbrechend. Also ist wirklich... Oh, Entschuldigung. Oh, die laufen direkt. Die werden direkt gekauft. Sehr schön. Boah, da habe ich jetzt ehrlicherweise nicht mit gerechnet, weil die Plüschis sind so ein, naja, ein Ladenhüter. Aber dass die direkt gekauft werden, ist natürlich schön. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Okay. Ja gut, aber andersrum... Oh, 24. Man geht ja auch in Kartenladen für Karten und Zubehör. Ne, ein Plüschi, okay. Würde ich jetzt nicht so im Karten... Ja gut, obwohl das Plüschi ist ja von dem Kartenspiel, ne. Aber andersrum, weißt du, ich würde dann vielleicht doch tatsächlich nur Karten und... Das wäre so ein Mitbringsel. Ne, das wäre wirklich so ein Mitbringsel, wo du sagst, ja okay, so ein Impulskauf. Okay, so. Einmal zwei Karten. Jawohl. Dann haben wir 41. Oh, das ist sehr schön. 19. So, dann können wir hier nämlich wieder direkt neue Karten draufpacken. Dann machen wir hier einmal... Bam, bam. Und 27. Jawohl. Dann haben wir hier... Ah, okay, okay, ja. Ja gut, Kleinvieh macht auch Mist, ne. Ist halt einfach so. So, dann lassen wir... Ja, okay, da kommen wir auch auf die 3, dann ist das noch in Ordnung, weil ich habe ja gesagt, unter 3 würde ich ungerne was verkaufen. So. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. So, bitteschön. Und einmal die Karte. Jawohl. Dann machen wir 11 raus. Danke. Und der Nächste bitte einmal diese Karte. 5 Dollar, bitteschön. Wir brauchen einmal kurz ein Anti-Stinke-Spray. So. Und packen wir hier rein. So, was haben wir jetzt hier noch alles liegen? Wir haben hier noch einmal weiße Würfel. Die... Da haben wir keinen Platz für. Dann haben wir hier Sleeves. Ich glaube, dafür haben wir Platz. Die können wir nämlich hier oben schon wieder einräumen. Box ist leer. Perfekt. Dann haben wir 156. 200 bräuchten wir für die Lizenz. Also, 100 für die Lizenz plus 100 für... Da ist ja auch noch einer drin, ne? Aber den kann ich auch nicht einräumen. Äh, plus 100 für die Ware. Also brauchen wir ungefähr 200. Ja, und dann schauen wir mal. Ich hoffe einfach mal, dass dann tatsächlich noch welche verkauft werden. Vor allem die Plüschis sollten mal eigentlich verkauft werden. Aber wir könnten theoretisch in der Zwischenzeit wieder Booster-Packs öffnen. Hoffnung stirbt zuletzt. Ist einfach so. So, 5, 3... 5, ja. Hardwork finde ich auch cool. So. Und... Sonst ist nichts dabei. Nächste. Wir machen auf. Ich habe tatsächlich noch nie geschafft. Also, bei den ganzen Disney-Lokana-Packs, die ich geöffnet hatte, habe ich es nie geschafft, das so aufzureißen, wie es hier gemacht wird. Habe ich nie geschafft. Die sind immer oben aufgerissen oder mittendrin irgendwo. Okay. So, was haben wir denn hier? Oha. Oha. Dreimal Würfel. Und 40, 50. Damit könnten wir schon wieder die nächste Lizenz kaufen. Ah, wir müssen erst mal Würfel wieder kaufen. Oder? Haben wir rote Würfel? Ne, ne. Das sind blaue, schwarze und weiße. Ne, stimmt. Rote haben wir nicht. Dann müssen wir einmal rote Würfel nachkaufen. Hm, 156. Okay, gekauft, gekauft. Bam. Ne? Weil da ist halt die Gewinnmarge auch echt gut. Ist einfach so. Und bop. So. Bitteschön. Einmal diese Karte. Jawohl. Zwei zurück. So, einen schönen Tag noch. Siehst du, ich gucke den Leuten wirklich nicht in die Augen, ne? Das ist krass. 21 und der nächste. Oh, ein Display. Oh, da müssen wir mal gucken, ob wir Displays noch genug haben. Moment. So. Aber ich kann eine neue Karte hinlegen. Stimmt. Fünf. Und dann machen wir hier. Bam. 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 So. Sechs. Im Verkauf. Okay, wir haben noch drei Displays. Theoretisch. Ja, 70 kostet die, ne? Ja, komm, bestellen wir. Hätte ich ein bisschen warten müssen, dann hätte ich mir die Liefergebühr gespart. Jetzt habe ich 15 mittlerweile an Liefergebühren bezahlt. Das ist schon ein bisschen viel, tatsächlich. So. Hallo. Hallo. Ich würde gerne ein paar Sachen noch verkaufen. Nein. Oh, oh, oh. Die gehen zu den Würfeln. Die gehen direkt zu. Kaufen die wieder rote Würfeln? Ne, die kaufen nicht die rote. Ich glaube, das sind die weißen, ne? Ja, weiß. Okay. 34, bitteschön. So. Und einmal. Moment. Null. Na, ich würde gerne, ja. Und dann gehen wir einmal hier hin. Und dann machen wir hier einmal Pusili-Pusili. Und dann packen wir das da rein. So. Dann haben wir den hier. Da haben wir 17 Retour. Und bitteschön. Der Nächste, bitte. Hallöchen. Oh, zwei Dispers. Siehst du, gut, dass wir die gekauft haben. Tatsächlich. Ah, hatte ich so eine Vorahnung, ne? Hatte ich so eine... Oh, warte mal. Wir hatten doch irgendwo... Da war noch einer drin, ne? Ja, sehr schön. Dann ist nämlich die nächste Box auch schon wieder leer. Und dann können wir... Dann kaufen wir jetzt nochmal die grünen. Genau. Dann kaufen wir einmal die grünen. Oh, die sind günstiger. 88. Jetzt haben wir schon 20 Anliefergebühren bezahlt. Es summiert sich halt, ne? Ist einfach so. Vielleicht sollte man da wirklich einmal am Tag bestellen. Ah gut, aber andersrum... Ich habe ja auch nicht so viel Kohle. Ne? Ist ja einfach so. Ich habe jetzt nicht so ultra viel Kohle, dass ich halt... Ich versuche dann immer direkt Waren nachzubestellen, damit die halt... Okay, wir müssen wieder bestellen. Dann... Ja, einmal blau... Und einmal gelb. Was müssen wir da? 141. Okay. Dann machen wir da nämlich die Bestellung auch, nämlich komplett. Das sieht schon ganz gut aus, ne? Mit den drei Tischen hier und alles. Das sieht schon ganz gut aus. Ja gut, aber ich muss hier wirklich auffüllen, ne? Kommt da einer? Okay. Oh, direkt das Spree genommen. Hallo. Und einmal da hingeräumt. So. Und jetzt bin ich gespannt. Okay, der hat, glaube ich, eine Karte genommen. Und der geht zu den Displays? Nein, der geht zu den Boostern. Okay. Der hat gesagt, wow, davon muss ich eins nehmen. Das war so ein Impulskauf wieder, ne? Und eine Karte dabei, ja. So. Bitteschön. Dann machen wir acht Retour. So, 170. Jetzt können wir nämlich unsere Bestellung abschicken. Bestellung. 136 plus Liefergebühr. Bam. So, und dann räumen wir die direkt nämlich ein, damit die hier ja nicht leer laufen, ne? So, guck mal. Sehr schön. Theoretisch könnten wir hier unten auch die wegmachen und dann hier oben wieder hinballern. Ja. Ich denke mal, dass wir hier unten eventuell die auch komplett wegmachen. Ne? Dann haben wir Platz hier für was anderes. So, und hier haben wir 32. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das passt. Da bin ich jetzt wirklich drauf gespannt. Er müsste, ah, er müsste. Guck mal. Ah, sehr schön. So. Oha. Guck mal einer an. Jetzt guck dir das mal an. Wir haben hier 135 Dollar verkauft. Und Plüschi. Oh mein Gott, wir haben den ersten Plüschi verkauft. Äh, haben sie 50 Cent? Nein? Okay, ist kein Problem. So, ich war gerade nervös. Wir haben unseren ersten Plüschi verkauft. Juhu. Okay, haben wir irgendwelche Würfel, die wir wieder auffüllen könnten? Ist das blau? Jo. Okay, ist blau. Stimmt. Ist blau. Und hier haben wir die roten. Und hier hatten wir die schwarzen. Okay. Hier haben wir jetzt nichts mehr. Dann kann ich nochmal Booster Packs öffnen. Und dann gucken wir mal. Ah, da kommt jetzt gerade ein Stinkner rein. Na toll. 1,74. Ja, ist nicht so... Der Laden ist gerettet. Wir haben die teuerste Karte jemals, also in meinem Spiel, gezogen. 669 Dollar und 38 Cent. Pixi. Also wirklich, äh, das ist schon... Meine Hoffnungen haben sich bewährt. Man muss nur dranbleiben. Oh, und nochmal 5,47. Oh, aber gut. Wir müssen Pixi natürlich erstmal verkaufen, ne? Ja, klar. Wir müssen die jetzt erstmal verkaufen. Verkauf kriegen. Ne? Nicht jeder gibt 600 dafür aus. Da müssen wir natürlich auch gucken, wie die Kaufbereitschaft da ist. Und... Wir haben einen Lauf. Leute, wir haben einen Lauf. Wir haben sowas von einen Lauf. Also nicht ein Lauf, sondern ein Lauf. Äh, pass mal auf. Wir packen die jetzt hier. Dann machen wir hier. Ja, und 10 Prozent. Und... 737 Euro. Heidewitzka. Das ist schon sehr ordentlich. Ich bin mal gespannt, ob die jemand kauft, tatsächlich. So, und dann machen wir hier... Einge... Ja, 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 okay, komm. Bei 2 Cent ist es halt schon hart, ne? Ah, ist schon ein Preis. Das ist sehr schön. Dann haben wir hier noch einen. Ist auch okay. Okay, sorry. Ich mach da vorne jetzt kein Duft-Diospray mehr drauf, weil... Lohnt sich einfach nicht. Oh, ich mach schnell zu. Weil der wollte nämlich spielen. Das hab ich gesehen. So. Null. Und die... Bitte? Bitte? Okay, 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 okay. Okay. Wir haben 449... Äh, die spielen ja doch. Okay, damit hab ich jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet. Oh, wir müssen Displays nachbestellen, ne? Können wir noch Bestellungen abschicken? Jo, können wir, können wir, können wir? Kommt hier auch an? Jawoll. Okay, im anderen Spiel war das nämlich immer so, dass du ab und nach gewissen Uhrzeit nicht mehr bestellen konntest. Wow. Boah, also hier haben wir auf jeden Fall... Haben wir aber schon mal echt gut zugelangt, ne? So, und dann machen wir hier auf 3. Fertig. Boah, ich bin wirklich gespannt, ob Pixi verkauft wird, ne? Dann hätten wir über 1.000. Über 1.000. Bin grad am überlegen, ob wir eventuell... Ob wir eventuell nochmal ein Display bestellen. Und dann gleichzeitig aber hier... Guck mal, die nächste Lizenz freischalten. 183. Ja, guck mal. Passt sogar. Und dann hätten wir die Regale nämlich wieder voll. Weißt du, in der Zwischenzeit, wo die dann noch am Spielen sind. So. Und das räumen wir natürlich auch einmal ein. Jetzt läuft es aber richtig gut im Laden hier, ne? Okay, jetzt haben wir wieder nur 84. Wir haben Plus gemacht. Ja gut, aber ich sag mal, wir haben aber auch... Ne? 22. So. Wir haben aber auch einen Trumpf in der Hand, ne? Also wenn der hier verkauft wird, dann... Heidewitzka. Ja gut, und du darfst halt nicht vergessen, wir haben jetzt hier wirklich richtig wieder aufgestockt, ne? Wir haben hier einen Warenwert, also der ist schon ordentlich. Jetzt warten wir noch, dass die zwei zu Ende spielen. Das werden dann ungefähr nochmal 20 Euro werden. Oh, Pi mal Auge. Ungefähr. Und dann haben wir... Jetzt bin ich gespannt. Ja, könnte sogar 30 vielleicht werden. Wenn wir Glück haben, vielleicht sogar 30. Das wäre natürlich dann... Wären wir über 100. Also ich glaube, wir kommen auf jeden Fall über 100. Am Tagesabschluss. So, haut rein jetzt. Hallo. Ich würde gerne den Laden zumachen. Hallo. Ja. Ja, wunderbar. Was habt ihr denn da für Karten? Hm. Ich glaube, ich glaube, rechts gewinnt. Und? Was haben wir da? Jetzt bin ich gespannt. Weil von den Gestiken her kannst du das manchmal schon voranalysieren. Und... Es hat gewonnen. Trommelwirbel. Da kommt jetzt... Ja, hallo. Wird mal... Ja. Siehste? Er macht schon die Bäckerfaust. Und... Das wird mir nicht gesagt. Aber... Ich sag mal so. Wir haben 40 Euro dazu gewonnen, ne? So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen eher kommen. Also. Wir haben auf jeden Fall Plus gemacht heute. Wir haben sowas von Plus gemacht. Ja, guck mal hier. 51. Sowas von Plus gemacht. So. Also. In der nächsten Folge hoffe ich mal, dass wir dann diese Karte hier verkaufen. Und... Natürlich werden wir dann hier weiter aufstocken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.